Alles klar. Ja, ich erzähle was zu meinem Podcast-Player für Android. Ist zwar hier, glaube ich, ein bisschen unterrepräsentiert. Hier sind mehr Äpfel unterwegs, aber die Welt muss auch vertreten werden. So neu ist er auch gar nicht mehr, sondern der existiert schon seit anderthalb Jahren, dümpelt aber auch eher in der Nische rum. Vielleicht erst mal noch ein paar Worte zu mir. Ja, hauptberuflich bin ich Teamleiter einer Softwareentwicklung. Hat mit Android Mobile Podcast überhaupt nichts zu tun. Da ich beruflich aber nicht mehr zum Softwareentwickeln komme, muss ich das halt in meiner Freizeit nachholen. Und da ist dann U-Pod entstanden. Und wie ich gestern schon sagte, Podcast-Junkie und seit neuestem auch Podcaster selber. Allerdings noch sehr am Anfang mit einem Projekt, was schon live ist, agil managen. Und Scala Profis zur Programmiersprache Scala startet dann noch im November mit einem Freund zusammen. Okay, jetzt aber der Blick auf U-Pod. Key Features, man hätte die Folie auch nennen können, um Gottes Willen, warum noch ein Podcast-Player? Weil der Markt ist ja nicht gerade klein. Dazu muss ich ein bisschen ausholen, als ich damals angefangen habe, das Ganze zu entwickeln. Das war im Frühjahr 2013 gewesen. Es gab schon viele Podcast-Player für Android. Allerdings fand ich die von der Qualität her doch nicht so berauschend. Das Hauptproblem war, dass ein Großteil sah einfach altbacken aus. Android ist inzwischen tatsächlich ganz hübsch geworden von der Benutzeroberfläche her. Und die Podcast-Player, die es da gab, die sahen alle noch aus wie Android vor vier Jahren. Also das heißt, Design war einfach ein Thema gewesen. Design ist natürlich immer eine subjektive Geschichte. Mir ging es einfach darum, einen Player zu machen, der sich an den Android-Style-Guide hält. Damit er einfach unter dem Betriebssystem nicht wie ein Fremdkörper wirkt, sondern sich da einfach integriert. Also Design war eine Sache. Und dann habe ich da noch ein bisschen von Pocket Cast abgeguckt und picke mir die Kernfarben aus dem Cover-Art raus und passe dann das UI entsprechend an. Ist nichts, was man unbedingt braucht, aber das Auge hört ja mit. Responsive Design war auch so ein Thema gewesen, dass die Anwendung halt auch auf dem Tablet gut läuft. Ist zum einen interessant für Videopodcasts, die ich selber nun nicht nutze. Ich bin reiner Audiopodcast-Hörer. Allerdings in Verbindung mit dem automatischen Sync, den ich da habe, nutze ich das Tablet, um am Abend meine neuen Episoden durchzugehen, meine Playlists zusammenzubauen. Und sobald ich dann zum Handy greife, habe ich da alles fertig drauf in der Reihenfolge, wie ich es haben will. Das ist einfach eine Sache, die ganz nett ist. Der Sync ist ein Premium-Feature, da komme ich nachher noch drauf. Also es ist so ein klassisches Premium-Modell, freie App und dann gibt es noch so eine Premium-Lizenz. Der eigentliche Hauptgrund, weshalb ich U-Pod aber gemacht habe, war der Episoden-Workflow. Also damals gab es auch schon Pocket Casts für Android, war ich nicht so begeistert von. Hatte viele Performance-Probleme, Episoden-Titel wurden immer nur mit einer Zeile angezeigt und dann abgeschnitten, was meist dazu führte, dass es gerade noch für einen AM013-Doppelpunkt gereicht hat und den eigentlichen Titel hat man nicht mehr gesehen. Aber vor allen Dingen das Thema Workflows war für mich relevant gewesen. Was will ich haben? Ich höre bei keinem Podcast alle Episoden, sondern ich gucke mir die Titel an und picke mir dann raus, was ich hören will. Das klassische Cherry-Picking. Und was mich bei den meisten Playern genervt hat, ist, dass meine Liste immer gemischt war aus Sachen, die ich mir schon ausgewählt habe, Sachen, die auf einmal neu dazugekommen sind und da wollte ich einfach eine klare Trennung haben. Das heißt, in U-Pod gibt es diesen Bereich Saved for Later oder Für Später, heißt er in der deutschen Version. Und da landet alles, was ich handverlesen da reinpacke. Und da kann ich auch den Download gleich so konfigurieren, dass alles, was da liegt, automatisch runtergeladen wird, sodass ich nie wieder auf den Download-Button drücken muss. Episoden, die ich gehört habe, verschwinden entsprechend. Das heißt, dieser Bereich ist immer sauber, genau das, was ich hören will. Neue Episoden landen im Bereich Neu. Ist so eine Art Mail-Inbox, sage ich mal. Wenn man will, kriegt man da auch Notifications auf dem Handy, dass jetzt neue Episoden vorliegen. Und dann hat man zwei Optionen, was man mit diesen Episoden machen kann. Man kann dann hier oben entweder sagen, ja, okay, die möchte ich für später speichern. Damit wandern sie in diesen anderen Bereich rein. Oder ich sage, nee, die interessiert mich nicht mehr, die markiere ich als beendet. Und damit verschwindet sie dann aus dem Bereich auch. Und prinzipiell habe ich in diesem Bereich My Podcasts, habe ich dann alle Episoden permanent im Zugriff, die im Feed noch im Original vorhanden sind. So, wir machen mal einen kurzen Blick auf die eigentliche App. Braucht der Beamer wahrscheinlich wieder zehn Sekunden. Ja, einfach, dass man nochmal einen kurzen Live-Eindruck kriegt und sieht auch, dass es leicht ist, mit der Anwendung zu starten. Ich führe das hier in einem Emulator vor. Die laufen immer nicht so stabil. Also wenn unterwegs alles abstürzt, dann liegt es nicht an der App, sondern dann ist natürlich der Emulator schuld. Wenn dann die App das erste Mal startet und man hat es in der Vergangenheit schon genutzt, dann kann man sich alles aus dem Cloud-Sync wiederherstellen lassen. Wir starten hier jetzt aber ganz blank und neu. Okay, und da starten wir als erstes in dem Bereich Podcasts finden, im Podcast-Verzeichnis. Die ganzen Tipps am Anfang, die klicke ich mal weg. Was ich hier mache, ist im Prinzip, ich zapfe iTunes an. Also das heißt, man bekommt hier beliebte Podcasts aus iTunes, kann hier oben auch in verschiedenen Kategorien stöbern. Und das, was man natürlich eigentlich haben will, ist dann auch die Suche, wo ich nach Stichwörtern, Titeln oder sonst was suchen kann und bekomme dann sofort hier die gesammelten Werke von Tim angezeigt und kann dann einen Podcast auswählen und ihn subscriben. Schon habe ich meine erste Subscription. Hier bekomme ich die ganzen Episoden dann angezeigt. Schmeißen wir mal noch zwei, drei Reihen, damit wir ein bisschen Farbe reinbekommen. Die sind schön kurz. Zack, und nochmal von meinem eigenen Bass. Man kann auch ohne einen Podcast zu abonnieren einfach sagen, hier, ich möchte einzelne Episoden hinzufügen. Kann auch Mehrfachselektionen machen und sagen, die möchte ich hinzufügen. Und kann dann sehr schnell sich so seine Liste zusammensetzen. So. Und noch einen vorletzten. Natürlich kann man auch hier einen OPML-Import machen. Dieses unsägliche Format gibt es ja immer noch. Und kann sich somit auch Sachen aus anderen Playern importieren. Wo ist diese Funktion direkt? Die Funktion ist zugegebenermaßen ein bisschen versteckt. Und zwar ist es einfach so, wenn du eine Mail hast, wo ein OPML-Anhang drin ist, oder du eine OPML-Datei in der Dropbox hast oder auf Google Drive, tippst du die einfach an. Und dann bietet Android dir an, diese mit U-Pod zu importieren, wenn du U-Pod entsprechend installiert hast auf deinem Gerät. So, jetzt sehe ich auch hier, unter Neue Episoden tauchen die ganzen Sachen jetzt auf. Also wenn ich einen Podcast abonniere, nimmt er die erste Episode gleich, die aktuelle Episode gleich als neu mit rein. Und dann kann ich hier genau diese Auswahl treffen und kann sagen, den möchte ich jetzt zur Wiedergabeliste hinzufügen. Also für später speichern. Den natürlich auch auf jeden Fall für später speichern. und der Rest interessiert mich nicht mehr. Und somit habe ich dann alles in der Region verfügbar und kann hier durch meine Episoden für später durchscrollen, kann aber auch jederzeit auf ältere Episoden zugreifen. Und zum Beispiel sagen hier, die interessieren mich alle nicht mehr. Die Älteren, die werde ich nicht mehr hören. Was man hier auch noch machen kann, ist eine abonnementspezifische Einstellung, zum Beispiel beim Nachrichten-Podcast. Den möchte ich vielleicht jeden Tag auf meiner Playlist haben, automatisch. Da interessiert mich aber nur die letzte Episode. Alle Älteren sollen einen auch automatisch wieder löschen. Das kann man dann hier auch entsprechend einstellen. So, und am Ende kann man das Ding natürlich auch wiedergeben. Ich sehe hier, der hat meine Episoden schon runtergeladen. Ich habe hier meine Drag-and-Drop-Playliste, kann jetzt hier starten und schon läuft die Wiedergabe. Ton haben wir jetzt hier nicht. Was direkt eingebaut ist, da braucht man auch keine zusätzliche App für, ist die obligatorische Geschwindigkeitskontrolle, womit man Geschwindigkeit anpassen kann. Und was ich gerade im Frühjahr eingebaut habe, weil ich hauptsächlich beim Radfahren höre, ist nochmal der Volume-Boost. Wenn Podcast zu niedrig abgemischt wurde, dann kann man an der Stelle das Level nochmal anheben und kann dann auch in der lauten Umgebung damit noch hören. So, soviel zu der App selbst. Jetzt streikt hier PowerPoint. Jetzt geht nichts mehr. Ich will am Ende noch auf ein paar Erfahrungen eingehen. Was ganz gut zu dem passt, was wir heute früh schon gehört haben. Okay. Und zwar hier noch ganz kurz auf das Lizenzmodell. Also es gibt die kostenfreie Version. Da ist wirklich viel drin. Da gibt es keine Beschränkung, keine Werbung. Da ist auch die Geschwindigkeitskontrolle drin, was bei den meisten schon kostenpflichtig ist. Kostenpflichtig ist hauptsächlich der Cloud-Sögen, Google Cast-Support. Ich habe so gemacht, Features, die ich selbst nicht nutze, die packe ich in die kostenpflichtige rein, damit ich mir quasi die Maintenance dafür finanziere. Und kostet stolze 2,79 Euro. Also geht man auch nicht wirklich pleite dran. Features, die derzeit noch fehlen, beziehungsweise die geplant sind, ist in der Runde wahrscheinlich am spannendsten. Chapter-Markt-Support und Paged Feeds ist so ein Thema, was ich haben will. Da arbeite ich auch gerade dran, setzt voraus, dass ich mir jetzt erstmal meinen eigenen RSS-Parser schreibe. Bisher setze ich da eine fertige Library ein, die leider nicht sonderlich gut ist und vor allen Dingen mit solchen Sachen wie den Simple Chapter Marks nicht umgehen kann. Ansonsten gibt es eine Plattform im Internet, wo man Ideen hinterlassen kann und wo man auch abstimmen kann. Direktes Teilen ist noch ein spannender Punkt. Hatte ich gestern schon mal mit Tim drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, was, wo alle Clients mit zu kämpfen haben. Natürlich kann er eine Episode teilen, da wird dann ein Link verschickt. Aber ich möchte eigentlich, wenn jemand YouPod auf seinem Gerät hat und so einen Link empfängt, dass dann diese Episode auch direkt in YouPod geöffnet wird. Dafür brauche ich aber auch Informationen, welcher Feed dazu gehört. Und da gibt es derzeit noch keine Standardkonzepte für. Kann ich mir natürlich wieder selber was ausdenken, aber das bringt uns als Community natürlich auch nur bedingt weiter. So, Lessons Learned ist dann auch mein Abschluss. Feed-Qualität erschreckend. Anders kann ich es nicht formulieren. Also fängt da an, dass man ungültiges XML bekommt, dass in der Duration irgendwelche Texte drinstehen, wenn überhaupt was drinsteht. Fehlende Metadaten ist der häufigste Punkt. Also, dass halt genau das Duration-Feld nicht gefüllt ist, womit man dem User dann in der Übersicht erstmal keine anständigen Sachen anzeigen kann. 30% aller Support-Calls, die ich reinkriege, sind, ich möchte Podcast XY abonnieren, aber der funktioniert nicht, da kommt ein Fehler. Und dann schraubt man wieder am Parser rum, versucht ihn noch toleranter zu machen, dass er nicht sofort abraucht und jeden Mist irgendwie durchlässt. Also, das ist relativ frustrierende Arbeit. Auch diese Sachen, dass es iTunes-Tags gibt und normale Tags, dann sind zwei unterschiedliche Cover-Arts drin. Welches wähle ich jetzt? Eins davon existiert in der Realität gar nicht. Da versucht man dann also schon rauszufinden, welche gibt es überhaupt. Gut, für euch sicherlich auch nichts Neues. Fortgeschrittene Podcast-Features, sowas wie Chapter-Marks, Page-Feeds, Flatter, sind international kaum verbreitet. Das heißt, der Gewinn, den man hat, wenn man als Client-Entwickler sowas einbaut, da erreicht man kaum mehr User mit. Und gerade bei so einem Projekt wie dem hier, was ein Freizeitprojekt ist, der Implementierungsaufwand für sowas ist teilweise enorm. Das hatte der Martin ja eben schon ganz gut aufgeführt. Da komme ich gleich auch nochmal zu. Und hatten wir gestern auch schon angesprochen, es gibt kein akzeptiertes, offenes Podcast-Verzeichnis. Ich daddle hier irgendwie mit der iTunes-API rum, die auch nur so mittelmäßig dokumentiert ist und wo ich bis heute nicht zugefunden habe, ob das rechtlich so überhaupt in Ordnung ist. Das ist für mich immer noch unklar. Aber solange da keiner meckert, hole ich mir die Sachen erstmal daraus. Aber Sachen wie Bewertung, Feedback und so weiter, das gibt es da halt alles nicht. Zumindest nicht über die API verfügbar. Und der Punkt, an dem der Martin so ein bisschen gescheitert ist und der mich im Januar diesen Jahres auch schon dazu bewegt hatte, mal aufzuhören, ist dann daran gescheitert, dass ich keinen Player gefunden habe, den ich als Ersatz hätte nehmen können. Ich habe genau das gleiche Problem. Jedes Jahr im Juni ist die Google I.O. und da werden neue Designs vorgestellt, neue APIs und neue Permission-Mechanismen. Und dann steht man als Indie-Developer da und kann zusehen, wie man irgendwie diese Sachen nachzieht. Weil macht man das nicht, dann ist der Player sofort unten durch. Durchdesign ist ein tolles Beispiel. U-Pod ist anderthalb Jahre alt. In der Zeit habe ich schon eine komplette Designumstellung drin, von dem, was bei Android 4 war, zu Android 5. Da haben sie das Design komplett umgekrempelt. Betrifft Icons, betrifft die Oberfläche. Also es hat mich mal locker, weil flockig zwei Monate gekostet. Freizeit natürlich, nur um dieses neue Design hinzukriegen. Dann gibt es diese übermächtigen Konkurrenten. Pocket Cars ist das beste Beispiel. Die können jeden Furz, den sie lassen. Da gibt es dann tausende von Blog-Einträgen zu. Und so als kleiner Entwickler rappelt man sich einen ab, um irgendwann mal einen Blog-Eintrag zu kriegen. Das ist schon sehr frustrierend. Und als letztes kommen dann noch die User dazu. Gerade vorgestern hatte ich wieder eine Ein-Sterne-Bewertung mit dem Kommentar. Sucks. Vielen Dank. Hilft mir weiter. Kann ich was draus machen? Sowas ist dann einfach nur frustrierend. Man gibt sich Mühe, stellt das sogar kostenlos zur Verfügung. Und die Fünf-Sterne-Bewertungen zeigen auch, dass sie, glaube ich, nicht ganz schlecht ist. Aber sowas hilft einem einfach nicht. Oder die andere Sache, auch sehr beliebt. Ups, auch sehr beliebt. Du, mir fehlt noch Feature XY. Wenn du das einbaust, dann kaufe ich auch die Premium-Version. Super, da sitze ich ein Wochenende dran und der zahlt mir dann tatsächlich 2,80 Euro. Also da ist auch so ein bisschen diese verschobene Wahrnehmung insgesamt das Preisgefüge. Am Anfang hat es mal 3,19 Euro gekostet. Und da kam dann auch viel zu teuer und geht gar nicht. Also da ist in diesem ganzen Mobile-Bereich, ja, ist das ein bisschen schwierig. Von daher seid lieb zu den Entwicklern. Ja, gebt ihnen Feedback. Es gibt auch viele User, die sich sehr aktiv beteiligen, muss ich auch sagen, die im Beta-Channel drin sind und da mittesten und Feedback geben. Und für die baue ich dann auch gerne mal Features ein. Aber die Probleme, die ja Martin beschrieben hat, sind da. Früher gab es mal diese Goldgräber-Zeit, ja, C64-Zeiten. Da konnte jeder noch reich werden mit Software. Das war am Anfang bei Mobile genauso. Mein Gefühl ist, diese Zeiten sind jetzt vorbei. Es ist eigentlich für eine Einzelperson, für einen Privatentwickler kaum noch möglich, eine konkurrenzfähige App zu machen und die auch am Leben zu halten. Das sind alles heutzutage große Produktionen mit Marketingabteilungen dahinter. Von daher glaube ich, das war meine letzte App. Noch eine Ergänzung zu dem Open-Source-Thema, was eben aufkam. Ich hatte vorher einen Newsreader gehabt. Der hatte auch über 100.000 Downloads, war also sehr erfolgreich gewesen. Muss ich dann einstellen, weil er auf Google Reader basiert hat, der da eingestellt wurde. Auf viele Rufe hin habe ich die App dann auf GitHub hochgeladen, was auch nicht mal eben so gemacht ist, sondern viel Aufwand erfordert. Natürlich hat sich kein Schwein für interessiert. Also so dieses, mach's mal Open-Source und dann lebt das Ding weiter. Ja, vergiss es. Das kostet richtig Aufwand. Das erfordert, dass Leute sich da wirklich einsetzen. Open-Source kann funktionieren, aber es funktioniert nicht einfach so per Schnipp. Und das hat am Ende nur mir einen Haufen Arbeit gemacht und die App ist trotzdem tot. Ja, so viel dazu. Applaus Alla